es juli wachs geht es mal bei der steck am starten geht es mit dem ersten missgabe in die hand denn dann ist alles in ordnung wir haben ja im letzten video meist an die fähigkeit weiter als überschrift genommen im zu gründen sind aber wir haben ja meist geht aber bestiegelungen hat würde doch wissen auch scheiße ja und das muss es dann natürlich ist unternehmen schneider häckseln den meisten kommen ein wenig schneller der blog da wir mit den krone big x 1000 am start und den schon die er 6200 mehr und ich denke wir krachen so zwei hänger voll weil er noch die habe ich noch in den klas 850 serien am start mit kleineren hänger der groß grüßt länger mit fünf und fünfzig Tonnen vor allem ich denke mal auch so zwei Folgen davon ich hoffe es reicht euch mein Sexten danach geht ja vom Lundern im Schneider auch schon wieder weiter mal lieber licht an hupfer mail fahr mal in die schneider hilfe rast ey ich hoffe der Wende geht sein weil er gar nicht ganz fertig ist er will ich noch irgendwas anderes drauf aufbauen vielleicht Kartoffeln oder so ja vielleicht mal wenigstens eine Erdrucksbagger meine Güle ist ja noch recht länger du hässlicher Bulldog So, komm her. So, komm her. Weil ich die, äh, fahre ich die vollen Hänger nicht runde zur Biogassenlache, sondern ich habe da vorne, wo der andere Traktor steht, habe ich so einen Haufen platziert. Also, nicht platziert, das kann man einfach abkippen, weil ich habe diesen Abkippmotor, wo ich überall abkippen kann. Und ich mache dann mir irgendwie zu meinen eigenen Silagehaufen, das ruhig zumindest mal irgendwie so einen Riesenberg an Silage aufzubringen. Und das kann ich auch nochmal ein Video machen, so mit dem Silo-Verteiler irgendwie durchführen. Kommt halt ganz darauf an. Und dann, ich habe jetzt ja diesen Video-Cripper für die Xbox bestellt. Und dann gibt es da erstmal so ein paar Videos, Minecraft oder irgendwas, auch mit Landwirtschaft natürlich. Oder Call of Duty oder Far Cry 3. Oder auch FIFA-Mann wegen, können wir auch spielen. Und da machen wir dann Videos und wenn der 15er für die Xbox draußen ist, werde ich mir den natürlich gleich holen, dass wir dann damit auch weiter starten können. Und da machen wir dann noch mal ein Video-Cripper für die Xbox One-Cripper für die Xbox One-Cripper. Ich denke einmal vor und zurück, können wir noch, dann ist wahrscheinlich die Zeit schon wieder vom Aufnehmen zu Ende leider. Aber bei der Xbox ist ja glaube ich unbegrenzt, wie lange ich aufnehmen möchte. Dann machen wir so 20, 15, 20 Minuten Videos. Dann machen wir natürlich vor allem Minecraft an, wenn wir uns einen Bauernhof aufbauen oder Call of Duty. Muss ich mir auch noch ein paar geile Stinger einfallen lassen. Können wir ja zum E-Modus oder Kampagne oder Online spielen, mir egal. Können wir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon sehen wollt. In Far Cry 3 machen wir einfach die Kampagne irgendwie, aber nicht so die ganze Kampagne, sondern auch so witzige Sachen. Und eben die 3 können wir aufnehmen. Und ich wollte noch was ankündigen und zwar, wenn es erst mal seit dieses Jahr schneit, spiele ich auch den Skiregion Simulator 2011 Gold Edition auf meinem Kanal. Da würde ich einfach auch mal mit euch zocken dann. Aber nur wenn es bei uns schneit, also es schneit eigentlich jedes Jahr bei uns, aber letzten Winter war es ja nicht so wunderbar, weil die Klimaerwärmung alles dazu beiträgt. Und das Geile in dem Bulllock ist auch, da sieht man auch die Pedalen, wie sie sich bewegen. Oder auch, ja, wenn er schaltet, der Traktor, sieht man das manchmal auch. Blinker hat er auch, oder? Der Bulllock. Ja, Blinker hat er auch, kann man sehen. Okay, man sieht sogar, wenn ich jetzt einstelle. Da, Mama. Okay. Da, Mama. der Blut ist auch noch unter die Erde schlüpfen oder was der andere Turnier mit irgendeinem Turnier Polo kann ich jetzt unter die Erde gehen und ich freue mich auf jeden Fall auf den 5 Szenar die Demo wird natürlich auch am Donnerstag oben sein kommt noch an die Zeit ich habe noch Moment BK noch im Urlaub die Videos wo ihr alle zerguckt die sind schon vorproduziert und jetzt sind einfach noch bearbeitet hochgeladen so dann kipp mir den Hänger nochmal ab und so gucken wie groß unser Bergschuh wird ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen wir werden und kommentieren nicht vergessen und dann sehen wir uns auch im nächsten Video ok wir können das jetzt irgendwie abkippen naja gib einfach mal ab ich gucke nicht wie der Bergschuh in groß hm, nein ich gucke nicht wie der Bergschuh in groß